Dieses Jahr waren wir wieder ziemlich unterwegs, Made by Chance und ich, Loma Outdoor. Wir stiegen bis in fast 3000 Meter Höhe, wir waren tagelang am Grimselpass, wir verbrachten einige Zeit im Wallis beim Furcapass, wir waren also ziemlich aktiv, konnten ziemlich viele Filme machen, konnten, hoffen wir, euch viele Freuden bereiten und das ist jetzt der Jahresrückblick 2023. Hallo zusammen und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Bunkerfilms. Es geht dem Ende entgegen vom Jahr 2023 und wie ihr das schon vom letzten Jahr kennt, gibt es auch dieses Jahr wieder einen so kleinen Jahresrückblick, wo wir mal schauen, was dieses Jahr alles so gegangen ist in Kurzfassung und natürlich auch wieder eine Danksagung an alle lieben Leute, die immer für uns da sind und uns tatkräftig unterstützen. Heute eben noch eine kleine Besonderheit und ich muss jetzt noch schnell umziehen gehen, denn ich werde in den nächsten Minuten sicherlich ein Klopfen oder ein Klingeln an der Tür vernehmen und dann kriege ich hier einen Gast, also eigentlich Premiere in einem meiner Filme, also Jahresrückblickfilme, einen Gast zu haben und ihr kennt ihn natürlich alle. Und wie gesagt, danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich gehe jetzt mal umziehen. So, ich wäre jetzt anders angezogen, andere Klamotten und wäre jetzt dann parat für meinen Gast. Und da ist er schon. Hallo, Loli. Stefan. Oh, ihr seid auch schon da? Hey. Ciao, Stefan. Ciao. Schön, dich zu sehen. Ja, mein Freund, schön bist du hier. Freut mich. Ja, freue mich hier zu sein. Freut mich auch, dass ihr auch dabei seid. Cool. Ja, ich habe gedacht, ich bin ja meistens mit Stefan zusammen. Wir machen jetzt da mal was zusammen zum Jahresrückblick. Und ja, ich würde sagen, wir haben dieses Jahr viel erlebt. Sehr viel, ja. War ein spannendes Jahr. Ich finde auch erfolgreiches Jahr. Ja, sehr. Wenn ich denke an unsere riesen Wanderungen, die wir da gemacht haben und Erlebnisse, die wir teilen durften. Ja, haben sehr viel erlebt. Ja. Angefangen halt mit dem Ersten Weltkrieg, wo Stefan mich ins Boot gezogen hat. Ja, das war eine interessante Erfahrung. Erster Weltkrieg. Ich hatte ja ein paar Projekte. Hauenstein haben wir ja zusammen gemacht. Bei mir war ja noch so Murtenfortifikation. Ich war auf dem Hartmannsweilerkopf vorbei. Das Projekt ist noch nicht fertig. Dann, ich habe ein paar Notizen. Was waren genau Kilometer Zero? Ja, aber ich habe auch gemerkt, Erster Weltkrieg, das Thema. Für mich ist es jetzt ausgelutscht. Wie ging es dir damit? Ja, es ist halt fest und hauenstein. Es war sehr interessant, mal zu schauen, diese Bilder mal zu sehen von dort. Aber ich denke, wenn man das mal gesehen hat, also mir geht das so, wenn ich das mal gesehen habe, muss ich da nicht nochmal hingehen und das nochmal anschauen. Es ist halt nicht unter dem Boden und nicht versteckt. Ja, aber die Frage ist, was macht denn der Zweite Weltkrieg? Wieso stehen wir beide eigentlich auf dem Zweiten Weltkrieg? Für mich ist es halt die versteckten Löcher im Fels drin. Ist da was? Ist da nichts? Und dann, wie gross ist das? Was ist da drin? Und hier bei Festung Hauenstein sind einfach Schützengräben, ein paar Räumlichkeiten mit Skischarten und das war's. Ausser da im Einten Stollen, wo es die Treppe so lange runterging, aber da war dann auch nur ein Raum. Ja, ich finde auch das Technische, finde ich, hat viel interessanter. Irgendwie, ja, wir haben im Zweiten Weltkrieg, haben wir auch Panzer, wir haben andere Kanonen, die Waffenentwicklung ging weiter. Genau. Ja, und es ist vielleicht auch, weil es vom Zeitpunkt her, es ist ein bisschen näher an uns dran, vielleicht macht es das aus. Aber ich habe auch gesehen, dass die Zuschauerresonanz, finde ich auch interessant, also ihr Zuschauer anscheinend, ja, habt ihr auch nicht so ein grosses Interesse am Ersten Weltkrieg. Oder ich sage mal, nicht so gross. Ja, also es kommt drauf an, wenn es natürlich in der Gotthard-Region ist, wo dann noch die wirklich massiven Bauten vom Ersten Weltkrieg da sind, dann ist das schon noch so interessant. Aber eben da so Schützengräben und so, ja, lieber Zweiter Weltkrieg. Gut, ja, Gotthard ist natürlich die Gegend. Wir lieben die Berge, das haben wir wieder dieses Jahr festgestellt. Genau. Fantastisch, wenn wir so oberhalb der Waldgrenze sind, ach, ich liebe das. Also Grimsel, Nuvenenpass war natürlich dieses Jahr phänomenal. Also, das geht mir noch lange im Kopf rum. Das erlebt er schon nur, auch mit unserem neuen Gefährten, dem Michi Elmiger, der zwischendurch jetzt auch mitkommt. Ja, das ist cool. Ja, der sein Wissen auch ein wenig einbringt und auch sehr Freude hat, mit uns zwei Dödeln da herumzuziehen. Aber das waren doch sehr, sehr mächtige Projekte, Grimsel und Nuvenen, aber sehr, sehr, sehr schöne Projekte. Ja. Weil ich muss sagen, Nuvenenpass, das war ja eher ein spontanes Projekt, muss ich sagen. Ich war mir nicht mal sicher, ob ich mitkommen wollte, weisst du noch? Ja, ja, Stefan hat zuerst gesagt, die Nuvenen. Ja, genau. Ja, wir haben angefangen zu filmen. Gut, also für mich war das sehr ein erfolgreicher Film, auch so zahlenmässig. Und wir haben ja den Film in drei Etappen gedreht. Das war ja ursprünglich auch nicht geplant, aber wir dachten, wir müssen doch mal hin, es muss weitergehen. Und es war schon ein riesiges Abenteuer, auch sehr anstrengend. Es ist halt auch während den ganzen Dreharbeiten und wo Stefan die Recherchen gemacht hat, ist immer mehr zum Vorschein gekommen, immer mehr klarer geworden, immer mehr Struktur ist da gewesen. Und da haben wir halt gesagt, ja, das können wir jetzt nicht einfach lassen, da muss jetzt mehr hin. Also, Nuvenenpass zeigten wir euch noch lange nicht alles, also da hat es noch Werke gegeben, aber wir konnten ja nicht eine Woche lang am Nuvenenpass verbringen, natürlich. Aber ich denke, die schönsten haben wir euch gezeigt, so der Hammer, diese geilen Werke am Griespass, die hat in den 30er Jahren schon gebaut, um 32 oder was. Das einsturzgefährdete Werk, ein riesiges Abenteuer auch für uns. Ja, wo wir fast in die Hosen geschissen haben. Das war echt cool. Ja, also, da konnten wir, da mussten wir auf total unsere Freundschaft zählen. Jeder hat auf jeden aufgepasst und beide hatten die Ohren voll auf Empfang, dass wenn irgendetwas wäre, dass wir da reagieren konnten. Aber das war geil, auch die süssen Schafe, die da waren. Ja, genau. Ja, und Grimsel hatte eine total andere Dynamik. Da haben wir schon im Vorfeld geforscht, gelesen. Wir haben versucht, in die Werke auch reinzukommen. Das hat halt nicht ganz geklappt. Und das war auch so ein bisschen ein Tiefpunkt, wo wir nicht wussten, wird jetzt das was? Können wir da raus einen Film machen? Aber ich bin echt begeistert. Also es waren echt, auch sehr schöne Filme sind entstanden. Ja, also im Grimsel ist natürlich die Resonanz bei meinen Filmen halt schon nur diese einmalige, wunderbar, geniale, geile Landschaft dort oben. Also wir haben ja zusammen gesagt, dort oben könntest du Herr der Ringe, Der Hobbit, du könntest Harry Potter, du könntest ein Kriegsfilm, du könntest dort oben alles drehen. Sogar noch eine romantische Liebeskomödie oder irgendwas. Also einfach nur eine geile Landschaft und wir wussten ja eigentlich schon, was dort oben alles gibt und dass es viel gibt. Aber man hat halt bei den Dreharbeiten doch noch so kleine Hinweise gefunden, wo es nochmal Klick gemacht hat, so Schacheldrahthindernisse oder mit diesen Flapstellungen. Spannend. Ja, das war auch ein ganz geniales Projekt dort. Und da habe ich wirklich auch was gelernt, weil ich, wo wir uns kennengelernt haben, ich habe ihm gesagt, wenn ich schon irgendwo hingehe, ich will in die Anlage hinein, sonst ist das langweilig. Die Zuschauer wollen hinein. Und jetzt, das war ja echt, also vom Verhältnis, wie viele Werke es gab und wie viel wir wirklich hinein konnten. Das ist ja nicht im Verhältnis, also sehr, sehr wenig. Aber ich war am Schluss total begeistert. Also das hat mir total gefallen und auch die Filme. Ja, wir konnten trotzdem eine nette Geschichte erzählen. Ja, das ist so, ja. Nein, das ist, das war genial. Auch sonst haben wir noch viele interessante Sachen gemacht. Und haben auch noch viele interessante Sachen auf dem Radar für nächstes Jahr natürlich. So viel können wir, glaube ich, verraten. Ja, willst du schon was verraten? Ja, ich weiss nicht, ob wir das sollen. Wollen wir was sagen? So zum Beispiel Alacqua. Ich weiss, Alacqua sagt jetzt nicht jedem etwas, aber vielleicht sagt nachher Mussolini, San Giacomo Pass, Eisenbahnwagen etwas. Genau, an der italienischen Grenze. Genau. So ein bisschen südlicher. Genau. Gut, wir können kein Italienisch. Ja, ist das Problem. Genau. Und natürlich, ich habe ja schon was verraten in meinem Sondagefilm. Und ich habe es wieder mal geschafft. Der Sondagefilm hat bei Stefan zu diesem, auch halb italienischen Pass, auch sehr ein grosses Feuer entfacht. Und zwar dem Simplon Pass. Ja, da habe ich eindeutig Feuer gefangen. Es ist komisch. Ich habe immer das Gefühl, das ist doch immer dasselbe. Nein, es ist nicht dasselbe. Und jetzt habe ich ein bisschen Nachforschung gemacht, auch über die Geschichte. Gut, du hast schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Oh, ich freue mich. Also, ich habe Feuer gefangen. Ich freue mich total. Da gibt es noch was. Ich habe ja schon versucht, dich zu überreden, dass wir im Winter schon mal ein bisschen hinreisen. Aber ja, wir haben entschlossen, nein, das müssen wir im Sommer machen, definitiv. Schon nur Landschaftshalber. Ja, das sind so Sachen, die noch auf dem Plan stehen. Aber eben noch mal zurück. Was haben wir sonst dieses Jahr noch so gemacht? Ja, Stefan, klar. Bei unseren Freunden im Graubünden waren wir doch bei den Stalusianern. Festung Stalusa. Fantastisch. Das war ja auch mega geil. Wir durften dort sowas von Knallen und Schiessen mit der Panzerwehrkanone, das war ja geil. Hat mich sogar beim Dreh noch verletzt. Mein Knie aufgerissen, sieht man im Film dort, wo es mich auf die Fresse haut, wo wir flüchten müssen. Genau. Wir durften sogar eine Kapelle niederschiessen. Genau. Ich bin froh, es haben alle begriffen im Film. Das ist ja auch lustig, unser Humor, den wir haben, der schmeckt nicht allen. Aber das ist uns egal, weil wir machen ja da das, wo wir Freude daran haben. Und manchmal haben wir so Scheisse im Kopf und machen das einfach, aber ist, glaube ich, nicht so schlecht gekommen. Das war cool, in Dies und Dies hatten wir echt viel Narrenfreiheit. Genau. Wir konnten alles anfassen, konnten überall rein, konnten unsere Geschichte erzählen. Das war echt cool, echt cool. Und auch so ein weites Spektrum an Zeitraum. Genau, ja. Oder so Zweiter Weltkrieg, die ganzen Entwicklungen, waffentechnisch, aber auch kalter Krieg hinein. Das war schon toll, war eine Zeitreise. Schon nur das Privileg mit diesem Festungsminenwerfer. Das war natürlich auch genial. Super Sache. Ja, und auch das Übernachten, das macht uns schon Spass, so in diesen Anlagen. Ja, das machen wir sehr gerne. Also wir sind sehr offen für so Einladungen, Herr. Ja, also wenn jemand sagt, wir möchten diese zweimal in unserer Anlage übernachten lassen, wir kommen sehr gerne. Und es würde natürlich auch als Nebenprodukt, würde ja noch ein Film entstehen. Genau. Ja, und dann natürlich das komplette Gegenteil von Hochalpin zu Tiefland, wo wir doch bei unseren Freunden bei der Sperre Kleinlützel waren. Das war natürlich auch Gastfreundschaft pur, was wir da erleben durften. Und auch halt nicht riesen Anlagen, aber so etwas von gepflegt und schön, also traumhaft. Das hat auch Spass gemacht. Falls Sie jetzt ein Fragezeichen vor dem Kopf haben, der Film ist noch nicht draussen. Der kommt noch erst. Der kommt noch erst. Aber das war auch so ein Highlight. Wir haben auch wahnsinnig nette Gastgeber. Ja, sehr. Hat uns sehr überwältigt. Ist natürlich auch schön, wenn wir merken, wir werden irgendwo eingeladen und die Leute freuen sich über den Film, freuen sich über das, was wir machen, kennen uns auch durch die Filme. Das macht echt viel aus. Das ist so. Und eben, mich denkt immer das Schöne daran, es zeigt mir persönlich, dass das nicht umsonst ist, was wir machen, dass das eben doch auch geschätzt wird und die Nachfrage da ist, dann auch. Das ist für mich eigentlich noch ein schöner Effekt dabei, ja. Ja, wenn wir bei einem Thema sind, also was mich auch sehr berührt, sind so die Kommentare, wo uns ja Leute schreiben. Ist auch lustig, jetzt auf meinem Kanal, da reden uns ja die Leute, die reden uns an, nicht einfach nur mich. So, das finde ich schön. Wir werden wahrgenommen als Team. Und auch so die Wertschätzung finde ich echt schön. Es gibt schon diese Nörgler, die zwischendurch auftauchen, aber wirklich sehr selten. Also muss ich echt sagen, das finde ich echt schön. Ja, also ich hatte letztens einen Kommentar darin und da habe ich halt als Antwort geschrieben, es ist ja zum Glück niemand gezwungen, unsere Filme anzuschauen. Es ist so, es ist immer Ansichtssache und wir respektieren das auch. Solange das mit Anstand und Respekt mitgeteilt wird, habe ich da kein Problem damit persönlich. Und es kann ja nicht nur alles negativ, äh, positiv sein, wollte ich sagen. Ich lese auch diese Kommentare, aber mehrheitlich sind sie also wirklich berührend schön. Also wie das geschätzt wird, da danke ich jetzt mal auch euch, unserem Publikum, dass ihr das so schaut und so Freude daran habt. Also das ist für uns, darf ich glaube ich sagen, schon ein Riesenlohn. Das ist so, wenn ich denke, ich habe über 2000 Abonnenten und wenn ich mir vorstelle, dass diese 2000 Menschen auf einem Platz stehen und alle mir zusehen bei diesem Film, das ist für mich ein riesengroßes Dankeschönwert auch an euch, meine lieben Zuschauer und Bunkerfreunde. Also ich sage es jetzt original, denn dieser Satz ist irgendwie, hat sich der eingeschlichen und hat eine grosse Beliebtheit erlangt. Liebe Freunde des gepflegten Bunkerfilms, ich danke euch. Und was vielleicht auch noch wichtig ist mal zu sagen, ich habe gerade die Letzte in einem Kommentar, hat mich immer gefragt, wie finanziert ihr das? Ja, das ist eine gute Frage. Oder? Und ja, wir sind beide beruflich voll tätig und diese Filmerei, das ist wirklich Freizeit. Nur Hobby. Das ist nur Hobby. Und was wir halt gemacht haben, ist die Monetarisierung, YouTube. Da dürft ihr euch darüber nicht ärgern. Es ist halt vorher und nach unseren Filmen läuft halt Werbung. Und ja, wir erlauben uns das so zu machen, weil wir finden ja, okay, zumindest das Benzingeld wird so bezahlt. Genau. Und ich war jetzt auch so frech. Also ich hoffe, ihr ärgert euch nicht darüber, dass halt zwischendurch auch mal so eine Werbung hineinfliegt. Aber ich finde es okay, unsere Reisen, die werden, ja, es ist lustig, die gehen immer wie weiter. Ja. Wir haben ja unser Gebiet alles abgegrast. Das ist so. Und ja, das sind ziemliche Reisen und nächstes Jahr haben wir auch geplant, dass wir halt auch mal in einem Hotel übernachten müssen. Und ja, wenn eben, wir schätzen das halt sehr, wenn uns vom Verein her, wie ein Kleinlützl, schon etwas gesponsert wird zum Übernachten oder wie in Stalusa in der Festung. Aber wenn wir natürlich irgendwo sind und dort zwei Tage machen müssen, müssen wir das eben selber bezahlen. Und darum, ich hoffe auch, dass ihr nicht zu sehr verärgert seid über ein bisschen Werbung jetzt, wo kommt bei unseren Filmen. Ich kann dir das mal sagen, ich bin vollberuflich Radladerfahrer, Baumaschinenführer im Kieswerk Fanger in Giswil. Also ich bin von Montag bis Freitag Radladerfahrer und versorge dort das Kieswerk und das Betonwerk. Ja, und ich bin Altenpfleger, lebe da auch in einer ganz anderen Welt. Genau, und eben dann müssen wir halt unsere Freizeit, Ferien und so opfern. Oder ja, opfern, das ist kein Opfer, wir machen das ja gerne. Wir lieben das. Genau, aber das ist halt so, wenn wir gehen. Und in diesem Punkt möchte ich meiner Firma, der Holzim AG Schweiz, ein sehr grosses Dankeschön entgegenbringen, auch für die Geduld, die sie mit mir haben, wenn ich manchmal ein wenig übermüdet zurückkehre vom Wochenende. Oder, dass halt mal spontan die Anfrage kommt, kann ich diesen Freitag frei haben? Ich bin mit Schanz unterwegs am Filmen. Und dort auch von meinen Arbeitskollegen, also die meisten von meinen Arbeitskollegen sind ja auch Follower hier. Das finde ich auch toll, ihr seid geile Typen, Jungs, super Team. Auch da mal ein riesiges Dankeschön für diese Kulanz. Was aber auch noch interessant ist, du hattest ja noch ein paar Projekte, da hast du mich ausgeklammert. Nein, wir sind ja manchmal auch ohne einander unterwegs. Erzähl doch mal von deinen Projekten in diesem Jahr, die du traurigerweise ohne mich meistern musstest. Das sind nur so Rückschläge an dich, wenn du alleine für dich etwas machst, dann sage ich mir immer, dem haue ich jetzt einen rein, ich mache extra was alleine. Nein, es ist nur Spass, Kollegen. Sicher nicht, es ist halt so, er hat halt diverse Projekte, wo vielleicht jetzt mich nicht so ansprechen und dann macht er die alleine, wie zum Beispiel Flieger schiessen nach Xalp Flugzeug. Ist nicht unbedingt so für mich und nicht so meins. Hat Stefan gemacht, er hat riesige Freude daran. Das ist ja das Schöne bei uns zwei, wir sind nicht ein altes Ehepaar, bla bla bla. Wir haben uns auch sonst gerne, auch wenn er eine Sache für sich macht und ich. Und wir haben auch Freude, wenn wir einander dieses Material dann auch zeigen und beurteilen können. Und ja, ich habe dieses Jahr ein paar Sachen für mich gemacht. Ich war in der Festung Führigen noch einmal mit einer Kollegin noch etwas machen. Ich habe die kleine Sperrstelle in Willingen, habe ich noch gefilmt, die eigentlich nichts Spezielles ist, aber trotzdem interessant mit dem riesen, riesen Geländepanzerhindernis dort. Ich war im Simplon, eben die Sondage machen, das war mehr so ein spontan-Explosive-Experiment von meiner Kollegin, der ich auch mal Danke sagen möchte übrigens, dass sie eben auch viel mit mir kommt oder die Innovation ergreift, die Initiative will ich sagen, ergreift. Und das war auch sehr schön, Simplon, da konnte ich schon eben überzeugende Argumente sammeln, um Stefan ins Boot zu holen und das hat geklappt. Dann war ich bei der Sperre Neffels. Das war eigentlich auch so ein spontaner Ausflug, wo ich gedacht habe, ja man könnte ja mal schauen, was es dort so hat. Aber es hat eben verdammt viel, also da könnte ich mir vorstellen, dass es auch nochmal ein grösseres Projekt geben wird dort. Schon nur die zwei Artilleriewerke, Beglinge und Niederie, das ist schon etwas wert und ja. Ja, bei mir war der Film Galerie Pfeiffer ein riesiges Projekt, leider ohne dich. Das war ein riesiges Projekt, da habe ich mir echt die Zähne ausgebissen. Da warst du lange dran, das stimmt. Ich finde, der Titel des Filmes ist ein bisschen scheisse. Es ist schade, es macht mich so neugierig. Aber ich finde, vom Drehbuch her ist es wahrscheinlich das komplexeste, was ich jemals geleistet habe. Weil ich ja eine Verknüpfung mache zwischen Erstem Weltkrieg in der Schweiz zur Mutterschlacht. Ich meine, wenn Sie den Film nicht gesehen haben, ja, wie soll das gehen, wie bringt man das zusammen? Es gibt tatsächlich Gründe. Und ich war damals, ich glaube, in fünf verschiedenen Museen drin, musste mich dort anmelden. Ah, ich bin da umhergereist. Es ist auch sehr viel Material entstanden, wo ich dann schlussendlich nicht mehr gebraucht habe, weil der Film, ich glaube, wäre viel zu lange geworden. Da ist auch so eine Dreiviertelstunde. Das war schon ein krasses Projekt, aber eben immer alleine unterwegs. Doch, Joscha war mal dabei, in Mutten hat er mich gefilmt, mein Sohnemann. Ja, aber es war auch eine gute Erfahrung mal, einfach mal länger was durchzuziehen und alleine auf sich gestellt zu sein. Aber ich muss sagen, es macht mir viel mehr Spass, mit dir zusammen unterwegs zu sein. Ich finde auch die Filme viel cooler, wenn man uns beide sieht. Auch mit dem Humor und so. Das finde ich schon geil. Aber eventuell hattest du ja noch mehr Projekte, wo du allein warst, oder? Ja, also, das hast du schon angesprochen, der Film Axalp. Heute ist Premiere während den Aufnahmen, wenn der Film hier draussen ist. Ist der schon lange im Netz. Für mich auch eine spezielle Erfahrung. Ich wollte ja über die Schweizer Luftwaffen-Film machen, wollte auch Objekte anschauen gehen und ein bisschen was erzählen mit Hilfe von der Schweizer Filmwochenschau, aber ja auch Filme von VBS. Und ich habe dann so viel Material gefunden, dass ich bemerkt habe, oder ja, bemerkt habe, dass ich gar nicht zu Orten hingehen muss. Das ist mittlerweile ein dreiviertelstündiger Film, aber wirklich ein reiner Archivmaterial-Film. Also ich glaube, ungefähr 5% stammt von mir. Der Rest ist alles geklaut. Gut, Urheberrechte sind geklärt natürlich, aber es sind immerhin 52 Filme, die ich da verarbeitet habe. Auch eine interessante Erfahrung, wo ich gemerkt habe, das macht mir wirklich Spass. Also ich mag dieses alte Archivzeugs, diese Schwarz-Weiss-Filme, um so ein bisschen der Zeit von damals näher zu kommen. Ich glaube, das ist etwas, da hättest du nicht Spass daran. Nein, eben auch sonst. So ein Flugplatz, Hangar und so, das ist etwas, das mich halt wirklich nicht so interessiert. Aber du, ja, du bist ein richtiger Patriot, du liebst die Schweiz, du brauchst nicht mehr. Aber ja, es ist so, die Schweiz, die hat so viel, so viel Zeugs noch. Ich weiss gar nicht, wie viel Prozent wir jetzt mal erreicht haben, mit Hilfe vom Film. Ich weiss nicht, hast du eine Zahl? Ich habe keine Vorstellung. Also ich meine, ich habe auf meinen Archivplatten um die 400 Filme, aber im YouTube natürlich längst nicht alles, weil da auch nicht alles drauf darf. Aber wenn man denkt, dass wir schon nur reine Infanteriewerke, Infanteriebunker, Artilleriebunker, um die 34.000, 35.000 Stück gehabt haben in der Schweiz, jetzt haben wir noch etliches zu tun, Artilleriewerke, da wären wir ja schneller mal durch, da waren es 74 Stück. Und wir hatten ja zwischen 2.000 und 3.000 Strassensperren, Bahnsperren, Geländepanzerhindernisse. Also wir haben noch ein wenig Arbeit vor uns, denke ich, bis wir alles gesehen haben und vor allem gefunden haben. Ja, da kommt noch einiges an Arbeit auf uns zu. Und wir sind auch immer ermutigt, auch weiterzumachen, einfach auch dank Ihnen, dank Ihrer Reaktion darauf. Wir werden auch immer wieder inspiriert. Es gibt Leute, die schreiben uns manchmal auch, ja geht doch dorthin und so. Also ja, unsere Arbeit wird ja nicht ausgehen. Ja, wie gesagt, wir haben ja viel erlebt, wir haben euch jetzt da ein paar Sachen erzählt. Und ja, nochmal zum Sagen, um diese Frage mal eindeutig zu klären. Nein, wir werden nirgends unterstützt und kriegen von nirgendwo irgendwelche Finanzen oder etwas so. Das ist alles selbstzahlen, was wir da, also selbstzahlen, finanzieren wir alles selbst aus unserer Berufstätigkeit. Auch das Equipment selber, die Kameras und alles. Und das können wir vielleicht auch kurz sagen. Wir sind ziemliche DJI-Fanatiker. Wir haben beide eine DJI-Drohne, wir haben beide das DJI Osmo Pocket und es ist auch noch eine DJI Action Cam im Umlauf, die wir nutzen, damit ihr unser Equipment auch ein bisschen kennt. Aber eben sonst, nein, wir kriegen von nirgendwo irgendwelche Gelder zur Verfügung, um das zu machen. Ist alles eigenständig, machen wir alles selber. Ich habe es gerade gedacht, so DJI erwähnen, nein, es ist keine Werbung, es ist einfach so. Wir sind auf diese Marke gestossen und wir sind sehr zufrieden damit. Es ist halt auch praktisch, alles ist kompakt, klein. Das ist halt für uns sehr wichtig, weil, ja, wenn wir in den Bergen sind oder so, oder auch durch diese Tunnel gehen, wir wollen auch nicht viel an Gepäck dabei haben. Ich möchte an dieser Stelle eben allen zusammen ein riesen, riesen Dankeschön sagen für die Unterstützung. Sei es zum Beispiel Festung Oberland, wo wir immer wieder Hilfe bekommen für Recherchearbeiten, Aufkünfte. Viel Support. Genau. Wikipedia nutzen wir natürlich auch. Genau, vielen Dank an Herrn Wikipedia. Genau. Und an alle anderen Privatpersonen, unsere Freunde, die uns sonst immer wieder ein paar Leckerlis zuhalten, so mit Infos und Datenblättern und es heisst irgendetwas. Ein riesen Dankeschön an diese Leute. Rudolf Schoch inspiriert uns ja auch. Genau, ja. Stark durch seine Bücher. Genau. Und auch das ZEM, das Bundesarchiv, all diese. Also, DMA heisst sie ja jetzt. Zentrum für digitale Medien der Armee. Wir sind wirklich sehr grosszügig. Ich benutze ja ganz viel Material. Und das Unkomplizierte, also wenn mich jemand hört von diesem Laden, herzlichen Dank. Also ich bin echt glücklich, dass ich das tun darf. Ja, und auch ein riesen Danke eben an diese Vereine, wo wir besuchen durften, für die Toleranz, für das Entgegenkommende, eben wie die Leute von Stalusa, die Leute von Klein Lützl, Führigen, wo ich eben auch war und Fischbalmen am Tunersee, Mährligen, wo ich auch drehen durfte. Genau. Fortifikation, Hauenstein, will ich auch erwähnen. Ich habe da sehr viel Support erlebt. Vielen Dank. Ja, eben, dass das mal gesagt wird. Einfach jedem, allen ein riesen Dankeschön für diese eigentliche Unterstützung, die wir da erhalten. Für das wir zwei noch x weitere Jahre miteinander unterwegs sein können und euch solche Filme präsentieren können. Und wir würden euch natürlich jetzt auch eine schöne Weihnachten wünschen. Und ein guter Rutsch ins neue Jahr. Genau. Und was uns sehr am Herzen liegt, bleibt gesund und munter, werdet nicht krank. Und schaut weiter unsere Filme, das freut uns natürlich riesengroß. Mega, dass wir sehen, dass das nicht umsonst ist, was wir da machen. Dass das einen Sinn hat, dass die Leute Freude haben daran, dann haben auch wir Freude. Also, liebe Freunde des gepflegten Bunkerfilms von Made by Chance und Loma Outdoor. Nochmal alles Gute in der festlichen Zeit. Geniesst es, esst gut, trinkt viel, bleibt gesund und munter, rutscht gut ins neue Jahr. Seid nächstes Jahr wieder bei uns dabei, bei unseren Abenteuern. Dann wünschen wir euch alles Gute, Stefan und ich. Und bis bald. Lebt wohl. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.